hallo freunde der blöcke wie du ja gehofft das problem nämlich das letzte folge hier als ich das ding abgebaut hat das ding kaputt gegangen der recycler den mach ich jetzt erstmal nicht mehr wenn jama mich lässt würde ich auch gerne meine zuschauer begrüßen also beide ist natürlich ich hab ja da was angepflanzt für tierchen im inventar du kannst ein schaf haben wenn du willst also wir haben noch ein bisschen was aber nicht mehr so viel in dieser längeren truhe die draußen steht machen wir hier erweitern wir das ganze ist nichts nicht musste schauen die 6% nuggets drinnen also ich sollte das wirklich abschalten dieses dass man über einen block laufen kann wie war denn das optionen zwei reichen nicht auch menschleut war das denn steuerung ist im ding es nicht noch was drinnen jetzt passiert das nicht mehr weil sonst mache ich mich als das feld kaputt das ist ganz blöd ich bin ein schlafsack schlafsack power aktivieren ich bin ja dabei ich bin ja dabei ah es ist da so jetzt schauen wir nochmal ist das übernacht gewachsen jawoll so das nehmen wir aber da raus kein gold drin das pflanzen wir um okay dann könnte die wieder einschmelzen er hat mich angezündet ja mach weiter ich hab wohl nicht so okay das hätten wir dann schon mal umgepflanzt also gold hab ich alles jetzt dahin gemacht okay warte mal ich habe hier doch irgendwo eins rausgenommen wo war denn das obsidien 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 wie viel gold haben wir denn schon mit aus äh nicht viel aber ich habe hier jetzt die pflanzen schon vermehrt ich glaube netherrack eher als obsidien ähm ich schau gerade mal wie viel brauchst du denn ich hab noch 6 6 netherrack netherrack aber noch da haben wir noch da haben wir noch um nun gut dann da hinten und dann blickte netherrack netherrack die fühlteste netherrack netherrack wie die von dir ja morgen schade nach oben so okay du hast du nicht ja nicht drauf Hilfe Hilfe goldessenz bin geblieben warte mal ich will mal gerade gucken ähm ja bei netherrack und zwar was auch immer der bringt so wird er gold raus portable comparator okay das heißt wir brauchen neun stück dafür davon haben wir hier mal einfach was gibt es kristalle jetzt denn mehr neun stück braucht man davon okay das ist aber ordentlich ja bitte was denn hast du eigentlich irgendwas erwähnt in der letzten episode von neun mod den wir drauf haben ach so genau das habe ich ja ganz vergessen ähm warte mal jammer fliege ich schon aus dem ts und weiß trotzdem was du nicht gesagt hast ähm ja warte mal jammer äh und zwar wir haben letzte folge vergessen völlig vergessen zu erwähnen welche mod wir jetzt drin haben gewonnen hätte eigentlich ähm die camping mod aber dazu hätten wir eine zusätzliche mod benötigt die es äh nicht aktuell auf kurs gab und das war schlecht ähm auf jeden fall haben wir uns dann für den zweitplatzierten entschieden das ist dann sats elevators ist dann dafür reingekommen ich hoffe ihr nehmt uns das nicht ganz so übel dass wir da eine alternative gewählt haben und es blieb aber auch nicht wirklich was ne ok also auf jeden fall sats elevators ist da reingekommen und dann können wir ja eigentlich auch mal gucken Moment wo haben wir denn das Zeug äh du willst ah da ist das eine und da ist das andere äh nee da ist ja ich hab Öfen ich hab einen Ofen gemacht der kein Zeug verbraucht keine Kohle äh wie macht man wie 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 schreibt man nochmal elevators elevators ele i ele re ok äh weil ich find da nix äh lift v e u b äh wie äh wie wäre es wenn die äh äh es gibt doch dieses alright leute keine einzelnen blöcke das sind strukturen macht euch doch einfach mal dieses buch was da kommt in ihr sagt eingeht da haben wir doch auch dazu dafür hat mein eis ich kann das jetzt nicht machen ich hab dann ich hab dann alles nicht mehr auf das rollblock das liegt wir können aufzug machen ja mal ich hab was für dich und auch zur kontrollblock können wir machen ja ich würde sagen ich habe das mal gar nicht so schwer zu sein keine ahnung aber es steht darauf dass es explodiert einfach nur ein schwarzpulver und ein ihr wollt was in luft ja natürlich was heute hier ich habe keinen plan was passiert lass uns lieber etwas weiter weg gehen und nicht so nah an der treppe die habe ich erst okay ja wundervoll hey das ist ja praktisch das zeug macht die items nicht kaputt ich hab's halb innen drauf überzeugt ja das steht bei so steht bei tinkers knack drauf dass das für mining und sowas gedacht ist können wir uns ja ein paar davon ja so zu so bringt das nicht jeder sein naja das geht doch man ich wirklich ja ich bin draußen ich lebe wieder ich meine eigentlich bräuchte ich ja die treppe nicht da ja ja was ist mit mir mit dem dingern können wir doch gut unten nach gold und sowas suchen wir hatten hier kuppe jama warst du das mit ja mal hast du noch treppen bei dir die habe ich alle verbaut er hat wirklich nur einen von euch auch mal so also wir brauchen auf jeden fall weitere weitere treppen hier du musst das futter einfach nur dabei haben bitte das nächste mal etwas weiter weg von von den treppen ja wirklich ja wenn das ist nicht was hast du denn da und was sollte es fressen dieses place teil das will play äh quatsch das gasteil das will blaze roach staub und die habe ich gerade okay na dann kannst du vielleicht noch einmal schießen bis es was weiß ich will okay ich wollte eigentlich auch was wachsen lassen bauen ein paar daugwood was auch immer das ist ja das sind die dinge was wir gefunden haben in dem darf machen wir das auch erst mal da rein gab es da machen wir da rein so es war auch noch einer genau so jetzt wollen wir erst mal schauen ich fand es schön dass ich brauche ich brauche stein ich brauche stein ja eigentlich noch ich war es nicht ja ja das sagen sie alle ich war das wirklich einfach gemacht ich brauche ich habe noch sechs von diesen dingern nein von diesen explosions dingern schauen wir mal grund das hätten wir für dich so das hätten wir dann brauchen wir noch so ein ja genau keine ahnung war es war ja mal kurz da rein dann können wir das drei mal so dass das aus in der das haus das will ich so hier behalten sollte mich echt mal dann ja man ja vielleicht probieren wir mal ob wir mit dem ding des obsidian zeug weg springen können ja das geht ja ja ich ganz weg aber ich brauche irgendwas um ein schweinchen zu füttern jetzt schwimme ich hier bald in lama meine rüstung ist doch egal das ist normal so also ich habe hier ein aufzug und aufzug kontrollblock jetzt müssen wir das irgendwie auch irgendwie auch ich habe ich nicht ganz schade keine ahnung ich setze das jetzt mal dahin hat nicht jemand mit diamant spitzhack ja habe ich dabei dann tun wir die obsidian auch ach so braucht man mehrere und da gibt es mir ja ich hoffe dass die kaputt ja gut also dafür ich habe hier ein aufzug und auch auf zu kontrollblock habe ich hier ja mir erschließt sich nicht wie das ganze funktioniert ich habe mir die wirklich noch nicht durch gelesen dazu sollten wir vielleicht mal lesen werden auch noch machen erst mal das hier ab also ich schätze mir der aufzugblock in die mitte und dann den stein außen rum also auf die bild ist und um gold werden wir werden wir noch auswenden werden wir noch aus wenn ich das erst mal genau tun wir es da erst mal rein solange dann werden wir zufällig einmal wasser bauen das gehört hier gar nicht alles weg brennen nein leider nicht gehen wir nach oben wir haben noch ein oder hier hast vielleicht findest du ja noch was ich hatte und hast du einmal eingesammelt nein habe ich nicht aber wasser verbrennt dich also quasi aber irgendwas ist ja irgendwas ist immer schade dass es nicht funktioniert hat mit der explosions kugel unten vielleicht gibt es ja noch eine ja da war schon fünf von denen das ist doch sehr gut wirklich sehr gut das heißt wir können da und mal so ein redstone pflänzchen machen ja ich meine gold pflänzchen dass das selbstständig dich ja sozusagen ja ich habe das erste redstone pflänzchen gepflanzt ja so und und wir sollten vielleicht bei eisen pflänzchen machen ja aber jetzt dann habe ich jetzt für wichtig erachtet ja ja zwei ich werfe dir den einmal mit ins inventar immer was ausprobieren gesundheit 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 ich versuche das jetzt einfach mal hier hier ist nämlich dass das hier und das da ja hier ist dann eins von diesen feuer die das nein geht nicht probieren wir es anders wovon du deine rüstung hast ja ich habe habe ich auch eins im inventar dass wir brauchen definitiv mehr davon oder viel ein versuch was wert ja nur ich brauche die spieler werden mal jetzt abzubauen obwohl ich eigentlich auf der richtigen punkt hier ziele und ich habe jetzt meine acht dass ich das zeug kriege was ich brauche ich habe hier unten auch wieder neu geformt ein bisschen wollte er ist alles hin ich hatte fast das ein eisen pflänzchen und noch mal so so wenn du keinen spaß anpacken machen hätte ich und das da nein das ist falsch das doch nicht mache ich denn so das ist echt geiles zeug so erstes eisenpflänzchen habe ich auch so und ich mache jetzt einen obsidienofen was auch immer da bringt okay mach das obsidienofen achmetos hast du schon den ofen gesehen da kann man zwei sachen gleichzeitig schmelzen also du kannst du hast zwei worte schlagen und du kannst zwei sachen gleichzeitig schmelzen was habt ihr in unserem feld verloren ich mal ich habe wieder neue feuersteine das heißt ich kann wieder neues zeug springen ja ich weiß ich sollte ein schwert nehmen aber da ist doch noch ein schwert äh was treibt ihr da bitte macht ja noch mehr kaputt geh mal zu mir jetzt auf dem feld und zeig mal was passiert wenn du rechts dick damit machst nein lass das lass das lass das ach so ich wundere mich warum ich nicht mehr fliegen kann ich habe keinen redstone mehr zum verbrennen äh Leute wir könnten langsamer tag gebrauchen tag stelle ich mich hinlegen zum pennen ok ich lege mich schnell hin so ich lieg ok ich auch ich nicht jammer leg dich hin ich? ja so richtig? ja mach das bitte ja auf dem boden und krrrr bevor die nächsten mobs kommen dankeschön pss afd was? perfekt asf so äh ssd asf ff ähm kann ich irgendwas drauf verzichten? nein mfg mit nöntigen erst mal erst mal packen wir da das zeug rein oh ich hab wieder neues zeug und mythos ja ich hab einen ofi der verbraucht keine kohle und ich hab einen skelettkopf mythos kannst du da mal bitte kurz runterkommen ähm äh äh musst du mal warten warte mal nee das können wir ja gleich ansetzen ok ich spreng dabei noch sachen hihi da kann man zwei sachen gleichzeitig mit schwelzen das heißt das ding ist doppelt so schnell und man hat eine warteschlange eigentlich könnte ich ja direkt hier drüber ne aber das sag ich ja niemandem äh da will ich doch hin nein 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 wir haben auch nichts gehört mythos so da ok ok ach gut hatten wir nicht noch auf zu essen mythos komm das halt auf jeden Fall gut äh wo bist du denn ich bin unten da bei der lava bei mir daheim ne ne ich spinne so nicht so nicht und wie immer drauf spinne so ähm den meters kann man in einen sack stopfen ja mach das Thema die truhen das ist alles durcheinander aber ich war es nicht so wo soll ich runter kommen wohin da war unten bei unserer mine zu dem was aussieht wie die Fahne von Daffin also das ist hier ganz unten ja aber das ist keine Fahne ja so heiland ich brauche dich konstringen bin ohne wix ich schanke dich so nein nicht den Fisch essen das ist für meinen kleinen hey euch wollte ich noch ab so was wollte ich denn gerade tun ich bin gleich da so nicht da hab ich gesagt das ist nicht gut aber wo bist du da hinten irgendwo so hier ja so dann gehen wir da noch ein bisschen durch so Alter Alter ah hallo Kleiner so jetzt ich will dich treffen da kommt sogar fertiges Redstone raus ja es ist schönes Zeug richtig gut so vielleicht sollten wir mal dass wir das Zeug hier irgendwie sortieren und was wir brauchen mitnehmen ja ich brauche auf jeden Fall wieder neue Fackeln äh jo warte mal machen wir das raus die Kohle nehmen wir mit ich habe momentan auch noch den Shader an ach du hast ja auch eine Tool stehen das ist äußerst günstig ja dann packen wir das doch rein erstmal sämtlichen Mist und was dann wichtig ist können wir wieder mitnehmen im Redstone ist kein Mist also bitte ja habe ich auch nie behauptet nicht schlagen nicht schon wieder ja jetzt habe ich dich gestangelt äh da sollte vielleicht noch eine Truhe hin hä naja das ist ziemlich viel was da rauskommt sogar ich habe sogar noch genau ah oh nein ich Idiot was denn ich habe so Dinge im Baden und habe recht dick im Feld gemacht erschreckt mal nicht wenn ihr den Krater seht ja oh je wieder reparieren kann ich nicht ich weiß ich habe es in der Tat vor ja mit dem Zeug mit dem du es reparieren kannst nee kann ich nicht wieso nicht mach mal den auch mit da rein das willst du mal das auch ich wieso so das auch was hier unten jemand anpflanzen will also ich guck mir das jetzt an du hast du Erfahrung ja ich auch nein wollen wir noch irgendwas mit hoch nehmen äh nimm du mal mit hoch ich muss das jetzt sehen nein ja ich nehme mit hoch und bin trotzdem eher da als du äh ja wahrscheinlich weil du irgendwo einen kürzeren Weg kennst nein ich habe einen Teleporter ach Mist stimmt ihr könnt euch auch über die Minimap teleportieren warte mal geht das geht das geht das geht das nein geht nicht ding dong ich brauche ich brauche so ein Dings ja das wurde von dem ja habe ich aber nicht ach wie ist das er hat sogar die Türen weggebracht ach du Heiland das ist nie passiert nein das ist klar nein ja man warte mal ich gehe in die Ecke und weinen ähm es war geiler ab müssen wir mal gucken dass ich hier genau die tun die will ich so ich muss erstmal schauen dass ich mein Inventar wieder ein bisschen freiklicke ja ich auch so Moment ich mach da jetzt mal auf damit man hier raus kann und die haben wir nicht mehr tun na ist böse nie wieder tun so 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 äh dafür hast du zufällig Erde bei dir nein äh dann muss ich doch nochmal runter da was drauf holen ist bestimmt was im äh Dings zu gönnen die machen wir erstmal da rein ja gut äh ich schmeiße jetzt mal kurz den äh Dings was ich hier hab ins in die Truhe machen wir es ganz einfach machen wir es ganz einfach wir buddeln das hier immer so ein bisschen aus hast du dadurch keine Erde bekommen nein nicht äh so ok bei dir ist gerade irgendwas gebrochen so jetzt mach nix ich mach auch nix du machst nix ich mach auch nix willst du mich jetzt hier einbuddeln nein eigentlich oder doch eigentlich würde das ja loswerden ja das würde ja dem zu sagen hm da da so vielleicht dann unten noch ein aber es war ja auch nichts anderes zu erwarten ne Sprengmeister Jammer und dann und dann beschwert sich Jammer äh ich spreng dir doch gar nicht so viel in den Luft warum warum sagen alle ich muss TNT haben ja ja ist klar aber es war interessant genau das gefällt den Zuschauern glaube ich so ja man könnte dich als Schuldigen erkennen ne mhm so haben wir halt hier noch ein bisschen Keller jo äh stimmt du kannst den Keller ausheben darf ich den Keller ausheben bitte mhm wieso die Fackeln unten einsammeln wir müssen ich hab versehentlich eine runter gemacht ähm musst du nicht verstehen mach bitte hier zu okay also ich hab unten ausgeleuchtet ja macht nix äh hier bitte auch noch einen hin okay so ähm hast du eigentlich die Türen bekommen nein nein da muss ich neue machen okay so mal gucken wie weit das noch reicht eins zwei drei vier bis hierhin reicht das noch der Rest wird sowieso grün werden mit Explosionen oder äh nein vielleicht nicht vielleicht nicht okay vielleicht mhm das macht mich schon wieder nervös weil ich dann am Ende gelogen habe äh darf ich hast du von unten Kohle mit hoch ich hab Kohle ich hab auch noch Kohle werden jetzt erstmal ein paar Kartoffeln machen ein paar Backkartoffeln noch ne das nimm den nimm den obsidienofen dafür den obsidienofen warum äh weil da kann zwei items gleichzeitig schmelzen und er hat eine Warteschlange da kannst du auch viel rein tun mit einem Wartes okay dann machen wir das so wo ist denn der obsidienofen der war da auch da drin ne mhm haben wir noch irgendwo nein ist alles leer gut packen wir das mit da rein jo ähm da so perfekt dann habe ich gleich mal wieder ein bisschen was zu essen äh 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 giftige Kartoffel braucht das immer da sind doch die Türen drinnen so äh waren die außen vorgestanden so ah endlich kann ich das Ding entlernen ja dann nehmen wir hier noch ein bisschen äh so da ist doch stecke weise Erde drinnen Mythos machen wir das jetzt mal raus oh oh weißt du was ich was wir jetzt mal machen können in Goldofen wo ist stecke weise was stecke weise Erde war da drinnen ja das ist doch schön ja ich hab'n Goldofen ich schwör' mich auch also Goldloch also Goldloch der geweise Redstone wäre jetzt gut gewesen dann hätte ich mich gefreut wir haben ja auch stecke weise Redstone bekommen durch die Sprengen unten mit dort mit dort das ist doch gut mit dort wir machen jetzt mal einen Goldfluss nicht links klick rechts klick bitte aber wieso du das bitte es kommt drauf an mit was rechts klick da hab ich schlechte Erfahrungen mit gemacht ich weiß nicht ob ihr euch noch dran erinnert damals da also ich hab mit rechts klick hier noch nie irgendwelche äh größeren Sprouts raus bekommen hä ich schon die kommen nur ab und zu ja also ich auch ok funktioniert das Eisen wächst auf jeden Fall wir haben kein Koppel mehr doch bestimmt wir sollten sowieso irgendwann mal anfangen das auszutauschen unten ist ganz ganz wie Koppel wir haben kein Koppel mehr so es ist interessant wenn ich rechts klick darauf mach bekomm ich irgendwie nie was also ich hab hier darf ich? ich brauch Koppel unten ist was das Eisenpflänzchen das sollte ich vielleicht da hinten zu dem Gold tun ja da ist ganz wie Koppel aber erstmal 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 ja wie viel Koppel brauchst du denn? ich hab alles ok oh so jetzt machen wir so die äh schön haben wir die Goldpflanzen auch wieder vermehrt Moment wie macht man nicht den jetzt Verbindungsgerät Eisen Eisen Redstone ist auch dabei das ist doch schon mal sehr gut ähm ich hatte hier doch Eisen mit hochgebracht wo ist denn das? ah wir haben wieder Türen da dran wie geil was ja die waren in der Tue gelegen ja klar das Ding das macht ja nichts kaputt die hab ich da wahrscheinlich reingelegt oder hab ich die vielleicht sogar reingelegt keine Ahnung ähm nein das werd schon ich gewesen sein als ich meinen Hund Hagen lernte ich hab einen Goldofen ich hab einen Goldofen lass mal mit gucken was der Goldofen kann uuuuh ich hab einen Goldofen äh nehmen wir doch mal Einkohle und äh äh dann haben wir hier noch ich hab noch Eisen mit hochgebracht wo hab ich ihn hingeschmissen ich mach noch einen ja der schlägst tatsächlich schneller guck mal ähm Gesundheit! Jama hat mich angesteckt. Juhu! Ich hab eigentlich gedacht, ich hätte eine Spinne da gehört. Egal. Hauptsache, sie greift mich nicht an. Dann ist alles gut. So, okay. Duffy, du sagtest, du brauchst dieses Ultimate Sprout, ne? Ja, halt die grüßigen Sprouts und alles. So, da sind wir sieben. Hier hast du noch das, das, das. So, okay. Da sagst du, da kriegt man nichts raus. So, und wir sollten vielleicht auch mal einen Stall für unsere Schweinchen bauen. Hier ist nämlich noch so ein Schweinchen. Wir könnten auch in der nächsten Folge weitermachen, weil die geht schon etwas lang. Sind doch nur 30 Minuten, Jama. Genau. Nein, wir machen dann weiter in der nächsten Folge. Wir könnten uns Diamanten anbauen fast. Ja, das wäre nötig. Ich sag, bis dahin. Und? Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017